Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Epic Games hat dann wieder ein richtig, richtig großes Turnier angekündigt mit insgesamt 2 Millionen Dollar Preisgeld. Da ja, wie ihr sicherlich wisst, die Season verlängert wurde und ja die Duo FNCS vorbei ist, überbrücken sie jetzt mit diesem Turnier die restliche Zeit, bis die Season 3 dann mit einer neuen FNCS startet. Und diesmal ist es tatsächlich eine Solo-FNCS, geht auch tatsächlich nicht über einen ganz so langen Zeitraum und die Chancen, dass man sich dafür qualifiziert, sind auch deutlich geringer als bei den anderen FNCS. Dazu werde ich euch auf jeden Fall alle Informationen jetzt in diesem Video zeigen, wie das ganze Format funktioniert, was ihr auch da für Teilnahmebedingungen erfüllen müsst. Alles, wie gesagt, in diesem Video. Wenn euch die Videos natürlich hier auf dem Kanal gefallen und ihr in Zukunft noch keine weiteren Competitive News verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da, außerdem bewertet kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Schreibt mir außerdem auch gerne Verbesserungsvorschläge und Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall auch extrem interessieren. Und ich mache ganz kurz Audio im Hintergrund an, damit ihr trotzdem noch Musik habt. Und ich würde sagen, wir lesen uns jetzt mal ganz kurz den offiziellen Blogpost durch. Der kam tatsächlich schon am 17.04. raus. Allerdings wurde das gestern erst alles so wirklich verbreitet. Also davor gab es im Prinzip gar nichts darüber, weder auf Social Media noch irgendwo anders. War das im Prinzip einfach wie komplett versteckt. Vielleicht haben sie es ja auch einfach nur am 17.04. geschrieben und eben auch erst gestern tatsächlich veröffentlicht. Weiß ich natürlich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist das ganze Thema erst seit gestern wirklich bekannt. Und wie gesagt, das ist eine Solo-FNCS, wo wie der Name das auch schon sagt, tatsächlich schon manche Spieler jetzt qualified sind, ohne überhaupt eine Runde dafür gespielt zu haben. Und zwar sind das die besten 100 Spieler, einmal aus Kapitel 2, Season 2 Kategorie PC, 100 Spieler nochmal Konsolen und Mobilgeräte. Dann 100 Spieler aus der letzten und 100 Spieler aus der vorletzten Season. So wie 100 Spieler, die dann nochmal durch Direkteinladung von Epic Games da zukommen werden. Und dann können sich auch noch 100 Spieler, natürlich immer pro Region, aus der besten Liste der offenen Qualifikation qualifizieren. Und das Ganze beginnt tatsächlich schon nächstes Wochenende. Also am 3. Mai müsste es glaube ich sein. Dort beginnt dann schon die erste Runde. Dann werde ich euch jetzt einmal kurz die ganzen Termine dafür sagen. Wie gesagt, ab dem nächsten Wochenende beginnt die offene Qualifikation. Dazu muss man natürlich Champion Division sagen, wie der Name Champion Series ja schon sagt. Außerdem natürlich zwei Faktor-Authentifizierung, wie generell für jeden, wie auch für jedes andere Turnier. Das Ganze ist dann in zwei Wettkampfabschnitte unterteilt. Normalerweise ist es ja so, dass man eine offene Runde hat, dann eine Halbfinalrunde und dann eine Finalrunde für die Qualifikation. Jetzt besteht das Ganze aus insgesamt zwei Wettkampfabschnitten, die jeweils aus zehn Runden bestehen. Das heißt einmal Samstag zehn Runden und einmal Sonntag zehn Runden. Davon werden dann aus insgesamt den 20 Runden die Punkte zusammengezählt auf einer Gesamtbestenliste. Und von dieser Gesamtbestenliste kommen dann die besten 100 Spieler weiter. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man am ersten Tag vielleicht nur eine durchschnittliche Leistung erbracht hat, kann man noch am zweiten Tag eine richtig gute Leistung machen und kann trotzdem noch qualifiziert werden. Allerdings ist das auch nur die einzige Möglichkeit, wie man eben halt qualifiziert werden kann, wenn man jetzt nicht so oder so schon qualifiziert ist. Das heißt, man kann nicht über mehrere Wochen, wie ja normalerweise über vier Wochen, dann noch die Möglichkeit haben, sich zu qualifieren, sondern tatsächlich nur über das eine einzige Wochenende. Und dann gibt es insgesamt nochmal zwei weitere Wochen. Das Ganze läuft einmal Woche eins, dorthin kommen insgesamt 600 Spieler durch die ganzen verschiedenen Qualifikationsmethoden. Das Ganze ist wieder genau das gleiche Format, das heißt wieder insgesamt 20 Runden über zwei Tage, das heißt jeweils immer zehn Runden pro Tag. Natürlich auch wieder über drei Stunden, so wie es eigentlich bei fast jedem Cup ist. Und von den ganzen Spielern hier aus Woche eins kommen dann die besten 300 Spieler, also die Hälfte weiter in Woche zwei. Hier wieder, glaube ich, genau das gleiche Wettkampfprinzip, also auch wieder insgesamt 20 Runden und so weiter und so fort. Und von diesen insgesamt 300 Spielern, die da teilnehmen, können die besten 80 Spieler ins Finale vorrücken, das dann am Ende vom Mai stattfinden wird. Auch wieder über Samstag und Sonntag zwei Wettkampfabschnitte, allerdings diesmal natürlich nur sechs Runden, da immer insgesamt tatsächlich nur eine einzige Runde gleichzeitig stattfindet. Alle 30 Minuten startet dann wieder eine neue Runde, so wie es ja generell bei jedem Finale von den ganzen FNCS ist. Und wir haben allerdings auch noch eine Möglichkeit, wenn wir in der Woche eins oder Woche zwei daran teilgenommen haben, allerdings nicht dann ehemal für die Nix-Zone qualified worden, können wir nochmal in der Neustartrunde insgesamt sechs Runden spielen. Diesmal allerdings nur an einem einzigen Tag und dann können von dort aus nochmal die besten 20 Spieler, also von den restlichen insgesamt natürlich 520 Spielern, da weiterkommen. Also relativ geringe Möglichkeit, dort nochmal weiterzukommen. Allerdings, vielleicht wenn man einen guten Tag hat, gute sechs Runden einfach macht, kann man da trotzdem ehemal noch fürs Finale qualified werden. Man bekommt Preisgelder für die Woche eins, für die Woche zwei und fürs Finale dann. Das heißt, offene Qualifikation bringt einem am Ende nichts, genauso wie natürlich die Neustartrunde selbst auch nichts. Dann kommen wir mal zum Punktesystem. Und zwar bringt das diesmal relativ viele Punkte. Hatten wir ja schon im Duo Test Event, dazu wird wahrscheinlich morgen oder so dann auch noch das Highlight-Video folgen. Diesmal bringen allerdings Eliminierungen deutlich mehr als Placement-Punkte. Normalerweise ist es ja so, ein Sieg ist ungefähr immer zehn Kills wert. Diesmal ist es deutlich weniger, also dann nur, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht genau überschlagen, müssen ja irgendwie so acht Runden sein. Also acht Runden sind so viel wert wie ein, äh acht Kills sind so viel wert wie ein Sieg. Und man bekommt tatsächlich schon das erste Placement ab dem 75. Platz. Das heißt, selbst wenn man irgendwann Midgame stirbt, Anfang Midgame, hat man trotzdem Placement-Punkte mitgenommen. Dadurch, dass ja vor allen Dingen in den letzten Runden, also im Finale und wahrscheinlich in Woche zwei auch, sehr, sehr versweatet sein wird, kann es ja sonst eigentlich sein, dass man vielleicht normalerweise dann Top 25 Placement erst in der fünften oder sechsten Zone bekommt. Und so hat man eben halt so ein bisschen, ja, mehr Sicherheit. Weil sonst, wenn man als 26. stirbt, vielleicht richtig gut bis dahin gespielt hat, bringt es einem am Ende nichts. Deshalb finde ich es so eigentlich ganz gut. Dann gibt es ab dem 50. Platz zwei Punkte, 40. drei Punkte, 30. fünf Punkte. Natürlich stehen hier die Gesamtpunkte, das heißt, man bekommt nicht plus zwei Punkte dann nochmal da drauf ab dem 50. Und nicht für den epischen Sieg plus 33 Punkte, sondern für den epischen Sieg dann insgesamt 33 Punkte. Dann, wie gesagt, 15. hat neun Punkte und ab dem 10. gibt es dann richtig viele Placement-Punkte. Dort bringt nämlich jeder einzelne Platz, das heißt, immer wenn ihr einen Kill macht, habt ihr automatisch immer Placement-Punkte. Dann 12, 13, 14, 15, 16, 17, dann hier 19, 21, 26 und dann für den Sieg nochmal weitere sieben Punkte. Ja, genau, sieben Punkte für die insgesamten 33 Punkte. Soweit auf jeden Fall dazu und dann kommen wir nochmal zu den ganzen Preisgeldern. Am Ende werde ich euch auch nochmal alles ganz kurz zusammenfassen. Auf jeden Fall bekommt man für die erste Woche, natürlich erkläre ich hier sowieso, alles nur für Europa. Diesmal ist es allerdings auch wieder ein Cross-Plattform-Cup. Dadurch, dass ja in Season 1 und Season X die ganzen Konsolenspieler natürlich auch mit PC-Spielern zusammengespielt haben, ging es ja nicht anders. Da man ja sonst irgendwie, ja, sonst hätten ja nur die 100 besten Spieler aus dieser Season daran teilnehmen können an einem Konsolen-Cup. Deshalb haben die das alles zusammengewürfelt und es gibt wieder ein Cross-Plattform-Cup. Das heißt, als Konsolenspieler wird es wahrscheinlich wieder etwas schwieriger. Ja, allerdings kann man natürlich in der ersten Woche schon bis zu 15.000 Dollar gewinnen. Allein dafür, dass man, ja, in der ersten Woche alleine gewinnt. Und das ist ja noch lange nicht das Ende. Und ab dem 50. Platz bekommt man dann dort schon 200 Dollar. Ein bisschen Geld ist für uns, also für Schüler wahrscheinlich immer noch richtig viel, für Pros allerdings wahrscheinlich nur sehr, sehr wenig. Dafür, dass man 50. wird, ist es tatsächlich sehr, sehr wenig. Allerdings wird es die Wochen danach eben halt deutlich mehr nochmal. Denn in der zweiten Woche alleine kann man schon 50.000 Dollar als ersten Platz bekommen. Und dann eben halt ab dem 50. wieder bis zu 200 Dollar. Und wenn man dann ins Finale kommt, hat man ja so oder so schon Safe-Preisgeld. Das heißt, es bleibt ja nicht nur bei den 50.000 als erste, sondern man bekommt dann nochmal im Finale alleine 500 Dollar. Nur dafür, dass man teilnimmt. Und dann schon 1.000, wenn man unter die Top 50 kommt. Und der erste Platz bekommt dann insgesamt 120.000 Dollar. Was auf jeden Fall richtig viel. Es ist fast das Vierfache von der Duo FNCS, dass es dort bis zu 70.000 Dollar Preisgeld gab. Allerdings war es hier so, dass es unter 2 aufgeteilt werden musste. Dadurch hat jeder 35.000 Dollar nur bekommen. Das ist wirklich ein vielfaches mehr schon. Alleine durch die ganzen Runden, wenn man immer erster werden würde, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, kann man bis zu 185.000 Dollar, glaube ich, bekommen. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Jetzt werde ich euch nochmal das grobe zusammenfassen. Also das Ganze besteht aus einer offenen Runde. Oder wenn man sich eben halt durch diese anderen Möglichkeiten, die hier unten stehen, qualifiziert. Das sind beiden Qualifizierungsmethoden. Wenn man dann in der offenen Qualifikation unter den besten 100 Spielern aus der Bestenliste kommt, dann rückt man in die Woche 1 vor. Um aus der Woche 1 in die Woche 2 vorzurücken, muss man unter die besten 300 Spieler jeder Region kommen. Und um aus Woche 2 in das Finale aufzusteigen, muss man unter die besten 80 Spieler kommen. Allerdings hat man die Möglichkeit, dass wenn man in der Woche 1 und in der Woche 2 teilgenommen hat, dass man in der Neustartrunde nochmal unter die besten 20 Spieler jeder Region kommen kann. Von dann natürlich insgesamt 520 Spielern, wenn alle teilnehmen. Und dort kann man dann sich auch nochmal für das Finale qualifieren. Und fast alle Runden außer der Neustartrunde bestehen immer aus zwei Tagen. Das heißt, die Runden aus den beiden Tagen werden dann zusammengezählt. Davon gibt es eine Gesamtbestenliste, wovon dann eben halt immer die besten X-Spieler weiterkommen. Das sind auf jeden Fall soweit die Informationen. Ich hoffe, dass ihr dieses Video natürlich gefallen. Schaltet mir gerne euer Feedback in die Kommentare, was ich vielleicht auch noch verbessern soll. Würde mich auch extrem interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Ciao.